Musik Auf den ersten Blick spürt man ihn nicht so. Und je mehr man ihn kennenlernt, dann merkt man, was für ein riesiges Herz er hat. This time I am chosen by Rammstein Optic Basel to have a show and a project with posters. Und Edi Hara ist für mich als Mensch und als Künstler ganz spannend. Musik Musik Es geht mir gleich wie mit seiner Kunst. Es ist Kunst auf den zweiten Blick. Zuerst farbig, fröhlich. Aber wenn man länger hineinschaut, merkt man die Tiefe, die es hat. Und je mehr ich die Bilder anschaut, desto mehr verliebe ich mich die Bilder von Edi Hara. Musik Ich arbeite über 30 Jahre mit der APG zusammen. Und ohne die APG könnte ich so wilde Geschichten gar nicht machen. Und das Tolle ist einfach, die APG macht alles mit. Und da bin ich mega stolz. Musik 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 Musik